Liebe Lieben, mein Name ist Patricia und ich freue mich, dass ich beim Body-Love-Summit-Compress dabei sein kann. Ich möchte gerne die Einladung für euch sein, ein bisschen mehr über Haare zu erfahren, ein bisschen mehr über den energetischen Haarschnitt zu erfahren, zu empfangen, was Haare und Körper für eine Verbindung haben und was du daraus mitnehmen kannst. Was wäre, wenn wir die Welt zu einem schöneren Ort machen können, wenn Menschen mehr innere Schönheit aus sich heraus erfahren und damit glücklicher sind. In diesem Sinne freue ich mich auf euch und seid gespannt, es wird eine Menge dazu geben.